Rondal Colomiani zum FC Bayern München ist ja mittlerweile ein schon länger anhaltendes Gerücht, aber nun soll der französische Nationalspieler wohl auch Option Nummer 1 bei der Stürmersuche der Bayern sein und erste Verhandlungen haben wohl begonnen. Klar ist dabei, dass die Eintracht eine extrem gute Verhandlungslage hat, denn er ist ja gerade mal ein Jahr da und hat dementsprechend noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Daher verlangen sie wohl bis zu 120 Millionen, wären aber wohl auch mit mindestens 100 Millionen zufrieden. Dennoch muss man natürlich sagen, dass Colomiani bisher nicht ganz so viel gezeigt hat für sein Alter. Er hat jetzt zwar drei gute Saisons hinter sich, zwei mit Nantes und jetzt halt eben die aktuelle mit Frankfurt, wo er auch international zeigen konnte, was er drauf hat, aber ist halt ohnehin eher ein Spätsünder, hat jetzt mit 24 Jahren aktuell erst seinen richtigen Durchbruch gefeiert. Also das wäre dann auf jeden Fall ein richtig stolzer Preis für ihn, aber ich will jetzt heute gar nicht mal so viel auf den Preis eingehen, sondern eher auf das Spielerische später. Aber zunächst noch ein Punkt, der für einen Transfer sprechen könnte, beziehungsweise dafür, dass der Transfer gut funktionieren könnte. Und zwar handelt es sich dabei um Thomas Tuchel als Trainer, der eben für einen Transfer sprechen würde, weil er eben meist genau mit solchen Spielertypen gearbeitet hat, sei es jetzt Aubameyang bei Dortmund oder eben Mbappé bei Paris Saint-Germain, die eben auch keine klassischen Zielspieler sind, aber dennoch ein extrem hohes Tempo aufweisen und gut die Tiefe attackieren können. Genau der gleiche Spielertyp ist Colomiani. Also das wäre auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass es auf jeden Fall unter Thomas Tuchel als Trainer funktionieren könnte. Und er scheint auch schon versichert zu haben, dass er mit Colomiani als Neuner gerne arbeiten würde. Ich kann mir vorstellen, dass es unter Tuchel auf jeden Fall funktioniert in den großen Champions League Spielen, zumindest gegen gute Gegner, weil die halt eben auch recht hoch stehen, früh vorne drauf gehen. Aber auch in der Liga braucht man halt gegen tiefstehende Gegner einen Plan B. Oder wenn dann halt eben Tuchel dann doch entlassen werden sollte in nächster Zeit, dann steht man wieder ohne einen Top-Stürmer mit Wandspielerqualitäten da. Denn Colomiani soll ja klar für die Zukunft verpflichtet werden. Und selbst wenn Tuchel jetzt zwei Jahre oder so im Amt ist, viel mehr ist ja aktuell nicht mit zu rechnen, wenn man sich die Trainerhistorie der Bayern anschaut, dann käme danach eben wieder ein Trainer, der eben vielleicht nicht unbedingt auf ihn bauen würde, beziehungsweise ihn eben nicht als klassische Neun ansieht. Nun kommen wir aber zum entscheidenden Argument meines Videos, warum er eben nicht zu den Bayern wechseln sollte. Und zwar geht es dabei um den spielerischen Fit, dass er eben nicht in das Profil passt, das die Bayern suchen aktuell. Und zwar stellt sich die Frage nach seinem Können hier nicht. Klar ist, dass Colomiani ein überragender Spieler mit großem Potenzial ist, aber es stellt sich halt vielmehr die Frage nach dem taktischen Fit, ähnlich wie eben ein Jahr zuvor beim Manet-Transfer. Und auch wenn Colomiani deutlich schneller ist und durch seine Körpergröße näher an einen klassischen Stürmer rankommt, ist er dennoch nicht die Idealbesetzung für diese so wichtige Position. So sucht man jemanden, der mit seiner Physis dauerhaft Gegenspieler bindet, somit Räume für seine Mitspieler öffnet und eben auch selbst Bälle festmachen und verteilen kann. Gerade Letzteres geht Colomiani ab, da er zwar groß ist, aber physisch nicht so stark ist, um sich gegen starke Innenverteidiger durchzusetzen. Das hat sich beispielsweise auch gerade im Pokalspiel gegen Stuttgart wieder mal gezeigt in der ersten Halbzeit. Da war er nah am Innenverteidiger dran, hat einen Ball bekommen, zum dem festzumachen. Aber ihm ist der Ball halt einfach versprungen. Er konnte sich zum einen physisch nicht durchsetzen und hatte zum anderen nicht die technischen Fähigkeiten, um den Ball festzumachen. Und zum anderen ist es glaube ich so, dass er selbst lieber neben einer fixen 9 spielt, der ihm die Bälle ablegen kann oder in die Tiefe steckt. Ähnlich wie das Ganze der Fall bei Frankreich ist, wo eben Mbappé, finde ich, deutlich besser performt, wenn er einen Giroud in der Mitte hat, der eben genau das machen kann, was ich gerade beschrieben habe. Und er will ja auch eine echte 9 bei PSG neben sich, wie es eben heißt. Also er sieht sich selbst eher als linker Flügel. Und ähnlich finde ich das Ganze auch bei Colomiani. Also Punkt 1 ist, dass er meiner Meinung nach selbst mehr von einer echten 9 als Zielspieler vorne drin profitieren würde, wie dass er selbst einer ist. Das zeigt dann eben auch seine Heatmap. So sehen wir, dass er sich viel auf dem Flügel aufhält in der aktuellen Saison, obwohl er die einzige Spitze im Frankfurt-System ist. Also er lässt sich als Stürmer häufig auf den Flügel fallen, wo sich aber bei Bayern eben andere Spieler aufhalten, denen er da so ein bisschen in die Quere kommen könnte. Das Jahr zuvor bei Nantes hat er eben meist über halb rechts gespielt, wie wir hier auch an seiner Liga-A-Heatmap sehen. Und auch bei der französischen Nationalmannschaft kommt er eben eher über den Flügel wie über das Zentrum. Im Vergleich hierzu habe ich jetzt auch nochmal die Heatmap von einem anderen Stürmer, nämlich Victor Ossiman, der sich eben generell viel zentraler aufhält und vor allem eine viel bessere Präsenz im Strafraum hat, wie wir es eben hier sehen können. Und genau das brauchen die Bayern in der Liga gegen tiefere Gegner, die man eben aufbrechen muss. Dazu muss man sagen, dass Colomuani sich nicht in den richtigen Räumen aufhält, aber selbst wenn man ihm jetzt die Anweisung dazu geben würde, meiner Meinung nach nicht die nötigen Qualitäten dafür hätte, auf dem nötigen Niveau für Bayern. Colomuani braucht vor allem viel Platz in seinem Spiel, um mit seinem Tempo die Tiefe zu attackieren. Bei einer Kontermannschaft wie Frankfurt oder Nantes ist dies eben möglich, aber bei Bayern wird er in den meisten Spielen nicht den nötigen Raum dafür haben und seine technischen Fähigkeiten auf engem Raum sind auch nicht gerade die besten. Zudem ist sein Passspiel jetzt auch nicht das allerbeste, denn so trügen zum Beispiel diese Saison auch seine Statistiken so ein bisschen. Nicht was die Tore angeht, da ist er echt recht souverän unterwegs mit einem soliden Abschluss, aber die Vorlagen betreffend kann er zwar 10 Stück vorweisen, hat aber nur einen Expected Assists Wert von 5,2, was seinen vier Vorlagen aus den zwei Saisons zuvor bei Nantes auch viel näher kommt. Also da haben die Mitspieler in dieser Saison bei Frankfurt deutlich überperformt, was eben Abschlüsse nach Pässen von Colomuani angeht. Das also soweit meine Analyse zu einem möglichen Transfer von Rondal Colomuani zum FC Bayern München bzw. meine Argumente, warum der FC Bayern den Transfer nicht vollziehen sollte, denn vor allem für so eine Riesensumme hat es ein großes Floppotenzial, gerade wenn man halt eben die Punkte, die ich angesprochen habe, bedenkt. Da würde man zum Beispiel, wenn man Thuram holt, auch der ist keine ideale Lösung, aber da hätte man halt ein viel geringeres Risiko, da er eben ablösefrei zu haben ist und da ist das Risiko bei Colomuani für mich dann doch deutlich zu hoch. Aber was sagt ihr zu meiner Einschätzung dazu? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Da können wir gerne friedlich darüber diskutieren, auch wenn ihr anderer Meinung seid. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!